Hallo Freunde, willkommen bei ASAP Institut. Ich bin Matthias. Und ich bin Ebi und heute reden wir über die vier Jahreszeiten. Hey Ebi, was machst du im Frühling am liebsten? Im Frühling gehe ich gerne spazieren und ich gehe auch gerne in mein Lieblingscafé und lese da ein Buch. Schön. Ja. Was machst du im Sommer gerne? Im Sommer, da fahre ich gern zum Strand, spiele Volleyball und sonne mich einfach unter der heißen Sonne. Gehst du nie schwimmen? Manchmal. Was machst du im Herbst am liebsten? Im Herbst trinke ich sehr gerne heiße Schokolade und lese wieder ein Buch. Und dann dekoriere ich einen Kürpis für Halloween. Oh, cool. Was machst du im Winter? Im Winter, da gehe ich gerne raus, wenn es schneit und mache eine Schneeballschlacht und ich fahre auch gern Schlitten. Schön. Ja. Ich baue auch gerne einen Schneemann im Winter. Oh, das können wir auch gerne mal zusammen machen im Winter. Ja. Das machen wir am liebsten im Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Vielen Dank. Vielen Dank.